hallo zu einem weiteren wochenupdate video am freitag den 14 mai diese woche ist nichts besonderes passiert bzw es erwartet uns auch nicht viel besonderes außer auf der klassik variante von ww gerade denn nächste woche startet der prepatch für bc classic wo ihr dann schon euren boost verwenden könnt und so weiter ist ein level 58 boost wenn ihr da einen gewinnen wollt schaut bei mir auf die gewinnspiel seite da gibt es gerade die deluxe edition dazu aber dann später noch aber in retail kommt eigentlich nur ein ptr update nach dem anderen aber leider noch keine infos dazu ob wir jetzt rang 4 legendäre items brauchen damit wir rang 5 treffen können das steht noch so in den sternen bzw ist noch nicht ganz klar zum letzten video ging es um das herz der angst wo man einen twink abstellen kann und wo ja wenn ihr mal zeit habt einfach mal kurz einloggt mit dem twink zehnmal durchlaufen und so nebenbei gold scheffeln da war das interesse so groß dass mich sehr viele leute angeschrieben haben und gemeinten kann man nicht noch andere videos machen zu dem thema anscheinend muss das auch bei zeif gewesen sein denn auch zeif hat genau auf sein herz der angst video hat er dann jetzt diese woche das neue video rausgebracht und zwar zool gurub viele von euch kennen ja zool gurub farm den hat es früher gegeben man hat die waben königin da drin gefarmt man ist da rein gelaufen links ums eck da steht ein npc den killen der gibt dir eine wabe und da ist flüchtige luft und flüchtiges leben drinnen das hat blizzard dann gefixt dass ihr das pro tag nur noch einmal machen könnt und danach gibt man keinen loot mehr von dieser waben königin dennoch ist zool gurub immer noch eine reise wert bzw wieder vielleicht ein tipp wo ihr einen twink abstellen könnt und sagte ich habe jetzt zehn minuten zeit ich mache das eben die credits gehen da an zeif weil er hat sich da mühe gemacht mit seinem video das video kommt auch in die beschreibung wir werden jetzt das video kurz in schritten durchgehen ich werde nicht jetzt komplett schritt für schritt nochmal alles erklären dafür ist sein video da wie gesagt der link kommt in die beschreibung wo die genauen details drin sind um was geht es jetzt bei diesem farm und zwar in zool gurub ihr müsst zool gurub auf hc stellen für die die nicht wissen wo zool gurub ist ihr müsst ins schlingendontal und dort oben ist zool gurub entweder von og aus könnt ihr mit dem zeppelin hin zool gurub rein und ihr müsst zool gurub auf heroisch stellen es gibt nur heroisch dann geht die reihen wir machen das ganze jetzt mal ich laufe jetzt mal mit euch rein damit ich euch zeigen kann worum was es geht wir farmen dort drinnen zwei beziehungsweise drei rare mobs ab wo man aber danach die instanz immer wieder zurücksetzen kann und der rare wieder da steht ich nenne es jetzt rare es ist kein rare aber damit ihr wisst was ich meine und zwar diese bosse die sind auch nicht auf der karte markiert ihr seht ihr da gar nicht also das die zählen nicht zu den dungeon boss sondern die sind da auf der karte verteilt und da laufen wir jetzt hin zu denen und diese truppen für uns diese riesigen beutel warum wollen wir die riesigen beutel wir machen mal kurz noch mal ww hat auf in diesen riesigen beuteln ist 8 bis 15 elementium erz und juwelen steine für uns interessant nur die elementium erze juwelen steine haben hohen wert aber bis man mal 20 jahres wies verkauft ist die nächste ww erweiterung wahrscheinlich live also das dauert schon ist jetzt nicht gerade der goldzeller uns geht es ums elementium erz was man in diesen beuteln kriegen kann und wenn ihr kirchner seid könnt ihr das sozusagen euer gold einkommen noch mal etwas verdoppelt beziehungsweise erhöhen denn es gibt auch ein rahmob da drin ist wie gesagt ich nenne es rahmob den ihr kirchner könnt und zwar heißt der torton der gibt primitives leder und tiefseeschuppen tiefseeschuppen haben wert ungefähr von 100 gold wir können da auch noch mal reinschauen die tiefseeschuppe hatten wert wenn wir da so schauen eher aus richtung 60 70 gold ihr seht das ist sehr sehr niedrig die tiefseeschuppe manchmal explodiert sie auf blackhand zum beispiel 111 gold die tiefseeschuppe aber es gibt glaube ich drei items die dieses material brauchen drei oder vier und es gehen sehr sehr langsam weg also geht nicht davon aus sondern unser ziel ist eher wenn wir kirchner sind primitives leder und da ist der eu-schnitt 13 gold was dann schon interessanter ist wir machen jetzt einmal den ablauf damit ihr wisst wie der farm geht also wenn ihr rein lauft ist da links diese diese blutflügel schwarmkönigin die hat jetzt für mich kein loot mehr weil ich habe das vorher schon vom video zum testen noch mal habe schon den habe schon die werbe geholt kriege ich erst wieder morgen nach id reset könnt ihr wieder reingehen und das machen wir brauchen es aber nicht uns geht es jetzt darum dass wir dort loslaufen wir resetten das ganze mal dort loslaufen ihr braucht nichts pullen nichts killen es ist alles zeit was ihr da verschwendet wenn ihr jetzt irgendwelche mobs anfangen zu pullen sondern wir laufen da einfach durch über die erste brücke drüber und dann haben wir dort unten totton den schläfer der schläfer das ist so ist jetzt die schildgritte die wirkt wenn wir kirchner sind kirchner wenn wir nicht kirchner sind killen wir die trotzdem denn die hat acht flüchtiges flüchtige erde für uns und die kann auch je nach server 5 10 20 gold sein flüchtige erde wenn wir jetzt kürzchen kürzchen wären würden wir die kürzchen und wir schauen uns das ganze kurz an und zwar dort tun dort tun hat wenn man in kürzchen hat diese schildgritte gibt er 1 bis 16 primitives leder 4 bis 15 tiefseeschuppen uns interessiert nur das primitiven leder wir laufen weiter gehen jetzt da hoch also er läuft vom wasser hoch dann gibt es da diese gabelung hoch und jetzt laufen wir zu diesen zwei boschen npcs die uns den riesigen beutel droppen und zwar ist das einmal dieser molek wir killen einmal molek zack droppt uns den beutel jetzt gesehen riesiger beutel den trash nehmen wir mit da ist auch gern mal glutzeitenstoff dabei vier glutzeitenstoff wir laufen wieder raus und da wo wir hochgekommen sind jetzt da in diese abzweigung hoch auf der map zu schauen ihr geht da drüber da hoch einmal ist da sozusagen npc und wir laufen da hoch und dort drinnen ist der zweite und zwar erder kaulemann den nehmen wir auch mit und der hat auch ein riesige beutel zack fertig sozusagen ist der lauf durch das ganze können wir jetzt zehn mal wiederholen ihr habt gesehen das geht sehr sehr schnell wie komme ich jetzt wieder raus als druider könnt ihr die teleport mondlichtung nehmen dann werdet ihr automatisch zur mondlichtung beziehungsweise wenn ihr legion gespielt habt dann werdet ihr in den hain gebotet wir poten wieder zurück also wenn ihr wieder auf den teleport entweder hain oder mondlichtung drückt werdet ihr automatisch wieder an die stelle hin gebotet und zwar sozusagen vor die instanz das ist der schnelle weg für den druiden zack sind wir wieder vor zulgurub können wieder rein fliegen für die für todesritter und mönche gibt es auch ein portal das hat aber eine minute cooldown das würde uns extrem bremsen in unserem vortritt es ist auch der druide recht langsam sondern man kann das ganze noch ein bisschen optimieren zeif zeigt es auch im video und zwar optimieren kann man das ganze in dem ihr her geht auf i organisierte gruppen gruppe erstellen gruppe anmelden ihr meldet die gruppe an macht auf x das war jetzt vielleicht etwas zu schnell wir machen es noch mal langsam damit wir sehen also auf i gehen organisierte gruppen benutzer definiert gruppe erstellen gruppe anmelden x jetzt nicht die gruppe abmelden sondern auf gruppe verlassen klicken jetzt ist es so als wie wenn ihr aus dem rate oder aus der instanz geschmissen werdet weil ihr vielleicht entweder irgendwas gepult habt was dem rate nicht passt und so weiter und jetzt fängt der account an in 55 sekunden ist sozusagen werde ich automatisch vor den eingang gestellt da müsst ihr für euch jetzt den 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 speed und herausfinden wo könnt ihr sozusagen die gruppe verlassen ist es an der stelle ist es schon beim eingang schafft ihr den lauf in einer minute und das ganze zu optimieren dass sie wirklich so schnell wie möglich die instanz durch seit ich kenne jetzt den da ob die nehmen die flüchtige erde mit lauf wieder hoch ich habe auf jeden fall viel zu früh jetzt bin ich aus der gruppe raus weil ich werde jetzt wahrscheinlich nur den einen dort oben noch schaffen ich habe in 16 sekunden werde ich rausgepotet ich werde jetzt dennoch killen können und dann bin ich schon wieder weg ihr solltet aber so optimieren dass ihr noch oben rauf kommt vier sekunden noch drei zwei eins und ich bin raus jetzt müsste ich aber nach oben hoch und nach oben laufen den auch noch holen und dann direkt rausgepotet werden und wieder starten somit optimiert er das ganze und werde viel schneller jetzt zu den zahlen da wieder zu zeit seinem video noch mal schauen er hat da das ist das ergebnis aus 20 läufen 20 mal also 20 diesen lauf ihr könnt pro stunde zehn mal laufen das heißt wenn ihr doch seit es wird im schnitt zehn bis 15 minuten dauern dann habt ihr das ganze auf cooldown wir reduzieren das einfach jetzt mal auf uns wenn wir sagen wir machen es am tag einmal für zehn minuten dann sind es nicht 449 und dann sind es nicht 9000 gold bei elementium erz 20 hat da den eu-schnitt genommen da ist der punkt wo ihr für euch entscheiden muss lohnt sich das schaut auf euren server wie teuer ist bei mir am server elementium erz in meinem fall gerade 16 gold der mittlere preis durchschnitt ist 20 gold also lasse ich die 20 dann kann ich sagen ich mache ungefähr vier viereinhalb tausend gold mit elementium erz in der stunde also in diesen zehn minuten für zehn minuten viereinhalb tausend ist eigentlich schon ganz in ordnung der wert wenn ich jetzt nur das elementium erz nehmen wenn ihr aber noch kirchner seid dann kommt ja noch der kirchner teil dazu und zwar bei torton da hat er hingeschrieben savage leder auf 20 läufe das heißt bei zehn läufern 100 primitives leder primitives leder haben wir aber eher ein eu-schnitt von mittleren preis von 13 gold und es sind so ungefähr 1300 gold noch primitives leder verkauft sich auch leichter trotzdem nicht in der masse aber sagen wir unter dem strich 1000 bis 1500 gold mit dem wenn wir das einmal am tag machen haben wir noch die flüchtige luft und das flüchtige leben dabei flüchtige erde was uns nochmals auf 500 gold bringt dann haben wir 4000 bis viereinhalb tausend durch die durchs elementium erz dann noch mal 1500 ungefähr dann sind wir bei 6000 mit dem leder und die elemente ungefähr noch mal 3400 gold machen wir einfach rechnen was runter sagen 6000 gold wenn wir das ganze einmal am tag machen es klingt jetzt sehr wenig ihr könnt natürlich mehrere twings abstellen die id sperre von zehn ist immer auf den server bezogen also wenn ihr natürlich nur auf blackhand spielt dann bringt das nichts auf den zweiten blackhand charakter wechseln und nach den zehn minuten die nächsten zehn minuten laufen sondern es geht wenn ihr auf antonidas wechselt wenn ihr server übergreifen wenn ihr auf verschiedenen server zwings habt dann könnt ihr die da hinstellen könnt wenn ihr die zehn minuten durch seid das weitermachen wir gehen jetzt aber einfach mal davon aus als zwink farm zehn minuten dort abstellen also dort hinstellen einen in zehn zwölf minuten die läufe durch machen und am ende 4500 gold wir haben jetzt aber nur bei dem farm gibt es nur materialien keine kein rohgold so wie es zum beispiel beim herz zur angst ist aber elementium erz ist jetzt ein erz was nicht so langsam weg geht weil das vor allem im skill bereich für ingenieure in in kata brauchen es einige da ist die nachfrage nicht schlecht also soviel zum sul guru farm denen man wie gesagt als zwink das ist kein hauptgold farm aber als zwink kann man das ganz gut abstellen ihr seht zwölf elementium erz 11 14 10 11 10 14 11 das lohnt sich dann schon wenn ein elementium erz 20 gold ist dann kommt daran schon irgendwas dann leicht zusammen als farm soviel zu dem video für heute was dieses thema angeht jetzt wollen wir noch kurz die gewinnspiele angehen die bei mir gerade auf der seite aktiv sind und einem hinweis zu einem transfer bewerb für die jetzt noch nicht auf der seite entdeckt haben goblins next topmodel habe ich gestartet das geht bis nächsten freitag um nächsten freitag 23 59 habt ihr zeit sozusagen bei diesem wettbewerb mitzumachen die spielregeln sind da drin es geht darum ein transmog zu bauen ihr könnt drei sets bauen mit hilfe des model viewers von von ww hat der schaut so aus da könnt ihr drei sets zusammenbauen und mir sozusagen dann schicken ich will jetzt gar nicht in detail gehen bei dem video das beste set wird dann am samstag in meinem stream live bewertet das ganze wird mit einer umfrage sein und zwar mit dem straw ball wo alle sets aufgelistet sind anonym ohne eure namen und dieses set mit den meisten stimmen der gewinner die gewinnerin kriegt dann eine million gold von mir also wenn ihr da mitmachen wollt bei dem contest zeit kreativ denkt auch dran bitte die sets müssen auch tragbar sein also nicht hergehen und zwar auf einen auf einen baladin oder auf den krieger stoff items transmogen das sollten wirklich transmog sein die derjenige dann auch so tragen kann und seine rüstung ändern kann so viel noch zu dem video contest jetzt zu den gewinnspielen ich habe gerade zwei sachen laufen bis zum ende des monats läuft noch die burning crusade classic deluxe edition im wert von 70 euro wo ihr über diese seite mitmachen könnt und 100 euro amazon gewinnspiel ihr müsst dann nur auf jetzt teilnehmen klicken und zum und da einen account erstellen für radio legends er klickt da auf den link auf klicken dann geht dieser link auf musik da geht es darum ihr müsst einen namen anlegen also benutzername passwort und eine e mail und account erstellen das war schon ihr braucht die e mail nicht beantworten das spiel lädt sich dann herunter ihr könnt es dann spielen ob ihr wollt oder nicht ihr könnt auch den download abbrechen es zählt auf jeden fall dann schon für die verlosung in diesem sinn war das schon wieder das ende des videos jetzt sogar doch doch dass ich es raus bringen doch deutlich länger geworden ich sage wieder vielen vielen dank dass gerade in dieser content schweren phase von ww so viele von euch trotzdem die videos anschauen auch bei mir in den streams vorbeischauen und auch finanziell unterstützen aus diesem grund wünsche ich euch ein schönes wochenende und bis zum nächsten video